Der kann auf den Augen. Wird langsam dunkel. Gehen wir mal ins Bettchen. So. Oh Gott, macht mein Tee, den ich mir hier nebenbei stehen habe? Alles gut. Bin mich ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das auch. So, und noch eine Axt. Dann können wir noch mal ein bisschen auf Holzfellarbeiten machen. Oh, Kabel. Dreimal auf Holz geklopft. Herrlich. Weil jeder Mensch hier Erfolge braucht. Ein bisschen Wälder rohen. Schöne Bäume hier. Ich muss auch richtig schön mitnehmen hier einmal. Die nehmen wir auch mal mit. Die sind zur Herstellung von Sticks wunderbar geeignet, der Kram. Ein Setzding hat er uns auch gleich gegeben. Und hier wird jetzt einfach mal alles klein geholzt. So, gut, es geht eben. Hui. Und auch Räuber da. Ja, ich finde ich die Bäume hier, die Eichen, ja, Eichen sind das ja, glaube ich, fand ich immer viel schöner, so zum Produzieren von Holz einfach, weil die Dinger sind nicht so in diese übergroßen Krüppelbäume umgewachsen. Und das fand ich immer so herrlich. Deswegen mochte ich die eigentlich lieber anpflanzen, so farmtechnisch immer. Weil die eben nicht so wie da zu so einem riesen Krüppelbaum werden, sondern einfach so klein bleiben. Aber naja. Jetzt, wo das noch andere Holzsorten gibt, mache ich das eigentlich eher weniger. Oh, Alter, wie viele Äpfel die droppen, ist ja heftig. Naja, nur gut für uns. Äh. Bäm. Kaputt. Aha. So. Ich will mal hier alles einsammeln. Das ist noch ein Bäumchen, der ist noch mitgenommen. Oh, das Schweinchen. Hey. So. Oh, wie hell wie schnell das jetzt geht, wenn man es nicht mehr mit der Hand machen muss. Wunderbar. Da habe ich noch ein Apple. Den holen wir uns auch gleich. Und natürlich eine Million Setzlinge. Von denen man nachher eh viel zu viele hat. Tü, tü, tü. Ja, mal ein bisschen hüpfen hier. Hüpf. Ach toll, da komme ich natürlich nicht ran. Hüpf. Danke. Boah. So, was macht unser Eisen? Fertig. Fertig. Sauber. Wunderbar. Sticks haben wir ja noch. Viertel Sticks. Ähm. Noch Holz. Noch Bretter. Sonst noch irgendwas holziges? Ich kann die Schüssel nochmal da hinpacken. Ähm. Aber sonst Holz. Ja, nischt mehr. Ach, können wir ja auch so machen schnell. Zack. Ja, ich mache mal alles zu dem Holz zu den Brettern. So, und aus den hier machen wir uns nämlich gleich mal ein paar Tausend Sticks. So, boah, Hänger. Ähm, ja. Passt. Und wenn wir schon mal dabei sind, noch mal ein paar Kisten machen. Eine noch. So. Können wir da noch eine hinsetzen und da noch eine hinsetzen. Da machen wir. Packen wir mal das ganze Holz rein und alles, was so mit Holz zu tun hat. Wird Zeit, dass ich ein vernünftiges Lager baue, ey. Können wir da eine ganze andere Gülle reintun hier. Oh, ich habe noch ein rohes Fleisch. Zack, rein damit. Äh, die ganzen Stein-Sachen so. Brauchen wir ja bald schon alles gar nicht mehr. No, fail. Da kommt das Schwert hin, Bogen. Hacke, Schaufel. So. Man könnte schaufeln und dann fahren wir ein bisschen Sand. Nachdem ich hier nochmal alles abgelaufen bin, ob hier noch irgendwelche Setzlinge oder irgendwas dergleichen liegt. Setzlinge, gewett um mich. Komm. Ach, zwei Apples. Ach, voll mit der Schaufel. Ich brauche mal, ich brauche neue Lieder, ey. Die kennen die alle schon in- und auswendig. So, ähm. Dort Fleisch nehmen wir auch mal schnell mit. Äh, Schaufeln brauchen wir noch. Eins, zwei, drei, vier. Dürfte reichen. So. Sollte reichen, an Schaufeln. Was zu essen habe ich auch mit. Wunderbar. Dann machen wir mal hinten da eine schöne schiere Fläche. Mache hier irgendwie nochmal einen hübschen Übergang hin, damit man hier nicht über das Wasser springen muss. Ja, Sandfarm schon mal für Glas auf jeden Fall. Hammer wichtig und so. Weil wir hier ja unser Haus hinhaben wollen. Ich wollte ja eigentlich hier so da, genau auf die Ecke da, wo hier dieser blöde Sandhauchen ist, was bauen. Und vielleicht nochmal, hier haben wir noch eine schöne Fläche. Wir haben überall so herrliche Flächen hier, deswegen. Die sollte man dann auch nutzen, wenn man sie dann hat. Weil sieht man oben auf der Minimap wunderbar. Ich kann ja auch mal die große Map aufmachen. Hier da, was wir hier da vorne noch wirklich für schöne Flächen haben. Das ist herrlich. Aber dafür müssen wir eben diesen ganzen blöden Berg da wegnehmen. Oder im Hügel, was auch immer das ist. Boah, Sandfarm ist so langweilig, ey, das geht gar nicht. Und jetzt vergesse ich hier auch noch die Hälfte, ey, boah. Ich habe ja, habe ich noch nicht mal ein Stack voll. Doch, einen habe ich schon voll. Wow. Ich dachte gerade, ich habe... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020